hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge redstone planet nach einer ewigkeit geht es hier mal weiter und zwar auch mit ein paar änderungen das war dann schon an meinem youtube profilbild sehen an meinem banner übrigens wird nochmal bearbeitet wenn auch was drin steht doch nicht genau stimmt und ja an meinem namen ähm ich heiße jetzt der fehlkraft gen-strich außer russpausen und außer die passen benutzen so wie ich früher mache youtube und ja da hatte ich so ein intro was mir auch gut gefallen hat und ja das möchte ich gerne wieder benutzen also es wird sich nichts ändern also ich versuche jetzt mir aktiv zu sein ich werde auch was die streams angeht wieder auf youtube überspringen es gibt keine streams mehr auf Twitch vielleicht nicht nur mal aber es gibt jetzt wieder streams auf youtube und ja das hört sich schon echt an ich will heute mal Videos zu machen und ja Projekte bleiben noch also die zum planet der live falls wir dann auch planet wirklich warten können aber nun ja wir legen jetzt erstmal los gehen hier rein und das haben wir noch nicht mal gemacht ich zeige das nochmal was wir alles bisher gemacht haben jetzt nochmal direkt und wenn wir uns hier einwerfen gegen den hier den schlüssel das ist es das stunden halt von der Ritz-Ambud aber die Ketschung können wir gerne auch benutzen das ist das mal machen wenn das kommt so wir gehen jetzt hier rein Ich habe vor, irgendwann diesen Automat hier nochmal umzubauen, und zwar das hier im Hotel bauen, dass man denn hier einen Hotelschlüssel kriegt, der mir wieder abgeben kann, um zurückzukommen und so weiter. Das werden wir dann anders machen, nicht jetzt, jetzt werden wir uns in den Fahrstuhl kommen. Jetzt steht, ich habe diesen großen Ton wieder abgerissen. Allerdings werden wir den jetzt hier dahin bauen, aber allerdings anders. Und ich denke, dieses Format hier reicht sogar. Das heißt, ich nehme mir jetzt diese Position und gehe zu dieser Position und setze es hier an. Und natürlich. Hallo. Ich denke, das reicht für die Große. Ja. Reicht auch. Gut. Ne allergene Tochter kommt gleich noch an. Die muss ja noch ein bisschen verbreitet werden. Dann können wir uns allergene gleich. Jetzt können wir uns erstmal mit dem Fahrstuhl an sich. So war schon. Soll ja noch weiter runter gehen. Deswegen nehme ich einfach zwei Wäsche über die Nummer an. Nimm die hier. Geh nur unten. Okay. Dann eins, zwei. Drei. Okay. Ich nehme jetzt die E-Kolline weg. Und setze es hier hinten rein. So. Und das können sie hier. So. Jetzt mal am vorhin ist. Jetzt nehmen wir drücken die E-S. Und auf die. Mike unter. Dann habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. So wie. Bisschen für den Kommand. Und links ist es zu schwer. Wir brauchen ein Messer. Und setzen wir hin. Vergeben. Und wir können die Falle noch unten gehen. Ups. Das sind jetzt gern mit zum Locken. Setzen das hin. Und das da ran. Und das da ran. Ich hab schon. Und das war zum Spawn. Ich weiß es nicht mehr. Das war zum Spawn. So. Und dann. Wir nehmen uns nun zum Block. BAM. Objekt gezahlt. Das kommt mit mir. Das war für mich jetzt. Der kommt. Ich hab mir die Folge zurückgenommen. Nein. Gut. Den setzen wir. Ja. Ich muss ihn kurz verlegen. Ich geh schon mal nach oben. Da wo wir gerade sind. Ich setze jetzt. Ich nehme jetzt eine Wechselnlampe. Ich setze hier hin. So. Ich setze hier. Den können wir blocken. Den müssen wir wechseln. Und schon weiß ich nicht mehr wie es weiter geht. Der kommt da an. Oder. Ich weiß es gerade nicht mehr. Deshalb müssen wir kurz nachdenken. Gehen wir kurz um eine neue Spinnung. Und auf den nächsten Holze. So, kein Wind. Und jetzt schauen wir mal kurz hinterher. Und dann kann man das noch nicht mehr. So, so muss man es nicht mehr. Dann. Und dann noch ein screenshot. Öffne den jetzt. Geht's mal kurz drüber. Und dann gehen wir runter. 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 Zum Witz haben. Ich hab da euch das gleich. Wir setzen den Down. Und dann gucken wir den blood. Und dann. Das war der... Oder... Und dann, dann kommt es da noch hier. So, und hier würde ich noch nicht noch hier kommen. Und hier würde ich hier entkommen. Ich hoffe, das ist so wichtig. Prima macht es jetzt dann. Wir brauchen 6 Stunden weiter. Wir gucken etwas wie in die. Da kommt es so hin. Gut, hier ist es so hin. Wir können den Repeater, dann drücken wir Shift. Gut. Jetzt, um, können wir drücken. Wir müssen das anpassen. Wir müssen das anpassen. Wir müssen das anpassen. Dann schließen wir das nicht wieder. Das wollen wir nicht mehr. Ähm, wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6 lücken. Was ist so schön? Dann geht es mal, um einen Schritt zu sparen. Dann gehen wir mal weg. Nein, 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 nein. 3 Stream gestartet Wenn nicht beabsichtigt demonstrieren kann man benutzen ok passt noch nicht ganz dann müssen wir da mit 2 gut jetzt müssen wir noch in dieser Position 1,2 4 minus 4 nein, das war eigentlich minus 1 verlassen irgendwie minus drängen ja jetzt ist es richtig drüber schulstätig und dem auch noch gut aus dem entschuldig letzten schauen wir da nichts drauf legen jetzt auch noch die zivil weg und die koordinaten setzen die jetzt einfach mal an die koordinaten stehen und die auch nochmal und die Augen hinten hinten bam er kommt da gut und wenn wir jetzt hier drücken hier Fahrstuhl auf dem Weg er ist auf dem Weg und sobald er da ist Fahrstuhl mit der Knopf drücken kommt er kommt äh ich hab das sowas erwischt weil sonst würde es nicht passen und ja jetzt sind wir schon und ne Platz nehmen so das ich werde das jetzt noch zum hin mit ich werde einfach mal die glas hin machen ich weiß auch noch nicht wie was mit einer Tür machen was mit dem so hin ist das das direkt ist und direkt wiedergucken und hier haben wir hier unseren Fahrstuhl immer dieses Teil hinbauen und so kommt er dahin direkt hier mit mir die koordinaten erinnern sonst nichts das ist der Fahrstuhl das ist der Fahrstuhl aus der mitzuhol von der joker ich mag meine sondern von der joker ich den zwar auch mit meiner mitzuhol allerdings ist der von der joker und ja es ist einfach ein amostern wo meine card drauf sitzt und dann wird immer wenn man in der area effect cloud ähm erstellt ähm jetzt kann man so mal genau das kann man ganz kurz hat man ganz kurz gesehen ja so sieht aus und dann teleportiert sich einfach der dahin dadurch dass es hier unten angeschaltet ist und der ist immer aktiv und gibt es immer weiter das sorgt dafür dass sich das Ding teleportiert wird und diese äh hat dann auch einen Tag auch ob wir das abschalten oder noch mal funktionieren gut dann war es das mit dieser folge ich werde mich dann mal abschieben die nächste folge gibt es dann wahrscheinlich am mit wo also morgen bis dann wieder live wenn das klappt ja bis dann bis dann und tschüss tschüss